In der Arbeiterkammer vor Adelberg ist eine Ära zu Ende. 16 Jahre lang war Hubert Hemmerle Arbeiterkammerpräsident. Heute hat er das Amt an seinen Nachfolger Bernhard Heinzle übergeben. Bei der AK-Vollversammlung in Feldkirch hat Hemmerle Abschied genommen und viel Anerkennung aus allen Lagern für seine Arbeit bekommen. Zum Abschied verteilte Lustenauer Hubert Hemmerle Senf an alle Delegierten. In seiner Abschiedsrede gibt es keinen Platz für Sentimentalitäten, aber einen Dank an alle Mitstreiter. Und was hält er für seinen größten Erfolg? Also mich freut vor allem, dass die kalte Progression endlich abgeschafft wurde. Dafür habe ich ganz lange gekämpft mit ganz vielen intensiven Mitteln. Das war ein Hauptthema, das mich beschäftigt hat. Im Laufe seiner Amtszeit hat sich der schwarze Arbeitnehmervertreter Hubert Hemmerle auch in den anderen politischen Lagern Anerkennung und Respekt erworben. Du bist ein Gewerkschafter mit Leib und Seele. Du bist den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verpflichtet. Und das hast du gelebt. Dafür hast du dich eingesetzt. Wir haben immer wieder diskutiert. Wir haben unsere Standpunkte vertreten. Für deinen Einsatz, für die Beschäftigten im Lande danken wir dir als Fraktion recht herzlich. Es war mir immer wichtig, dass wir versuchen, die Arbeitnehmer zu vertreten, die Parteipolitik außen zu lassen. Das habe ich selbst vorgelebt. Dann ist man glaubhaft. Und dann haben wir es geschafft, dass die anderen Fraktionen das auch zum großen Teil gemacht haben. Aber natürlich, es war in den Wahlen nicht immer so friedlich, wie es vielleicht ausgesehen hat. Da habe ich schon teilweise auch was abbekommen. Bei der Wahl des Nachfolgers läuft alles wie geplant. Bernhard Heinzle, ebenfalls von der ÖVP, wird mit 88 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Präsidenten der Arbeiterkammer vor Arlberg gewählt. Und bei mir im Studio ist jetzt der neue AK-Präsident Bernhard Heinzle. Schönen guten Abend. Schönen Abend. Sie haben in Ihrer Antrittsrede gesagt, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um AK-Präsident zu werden. Das mitten in der Krise. Warum ist das der richtige Zeitpunkt? Die Arbeiterkammer ist ja dafür da, wenn es Probleme gibt, dass man Lösungen findet. Also niemand geht in die Arbeiterkammer gemütlich einen Kaffee trinken, sondern ich gehe dorthin Konsumentenschutz, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Insolvenzrecht, wenn es Probleme gibt. Und die Arbeiterkammer ist dazu, da Lösungen zu finden, auch auf interessenspolitischer Seite. Und für das stehe ich, das mache ich gerne. Ich kann mit meinen Kammerrätern und Kammerräte Lösungen finden und auf das freuen wir uns und freue ich mich. Sie haben schon gesagt, es gibt viele Probleme, auch um die sich die Arbeiterkammer kümmern will. Wie schaut es bei der Teuerung aus oder bei leistbarem Wohnraum? Was kann da die Arbeiterkammer machen? Wir haben heute eine Resolution beschlossen, gemeinsam mit allen Fraktionen, außer den freiheitlichen Arbeitnehmern. Und beispielsweise zum Thema leistbaren Wohnen haben wir schon vor Jahren vorgeschlagen, beispielsweise, dass das Land Vorarlberg Grundstücke kauft und dass an Familien, an junge Familien, die das dann bauen möchten, sich das zum leistbaren Preis pachten können. Wie schaut es bei der Teuerung aus? Bei der Teuerung gehen wir davon aus, also erstens einmal die Löhne müssen ja ordentlich steigen in diesen Tagen, finden ja, oder jetzt in diesen Minuten finden Kollektivvertragsverhandlungen statt. Wir fordern sofort eine Preiskommission, wieso das Holz beispielsweise als Europäer jetzt über 100, 200 Prozent mehr Kosten von Holz, das vor zwei Jahren geschlägert wurde, nicht nachvollziehbar. Ich bezeichne das gerne als Gierflation und ich denke, das sollte überwacht werden. Sie haben schon die Lohnverhandlungen angesprochen, die verläufen äußerst zäh bei den Metallern und auch bei den Eisenbahnern. Es hat schon Betriebsversammlungen angegeben. Würden Sie auch einen Streik unterstützen? Ich kann Ihnen jetzt auch sagen, als ich beim Herfahren habe ich mit einigen telefoniert, jetzt verläuft auch Handel, läuft auch sehr, sehr zäh. Das Angebot ist in der Hälfte der Inflation, wenn notwendig und das ist die Aufgabe der Gewerkschaften, dann muss es Streiks geben. Das kann nicht unser Ziel sein. Ich verstehe derzeit die Arbeitgeber nicht, bei den Metallern etwas nachzugeben, etwas rauf, die Arbeitnehmerseite etwas runter und dann sollte man sich etwas über der Inflation treffen, das müsste möglich sein. Ich verstehe das derzeit nicht. Zum Abschluss noch eine Frage. Ihr Vorgänger Hubert Hemmerle war auch bekannt dafür, Ecken und Kanten zu zeigen, auch gegen die eigene Partei. Werden Sie das weiterführen? Von dem können Sie ausgehen. Ich bin Arbeitnehmervertreter aus und mit Leidenschaft. Ich bin den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet, nicht der Parteipolitik und ich werde Ecken und Kanten zeigen. Auch gegen die eigene Partei dann? Auch wenn notwendig gegen die eigene Partei, selbstverständlich. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und einen guten Amtsantritt, alles Gute. Herzlichen Dank, danke für die Einladung.